Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Also warte mal, das Kabel hier nervt, ich muss kurz wegmachen Ist er mit Bullets zu Blair Witch Wir sind jetzt hier endlich wieder draußen Mal gucken Weiß ich nicht, haben wir jetzt schon gecalled? So Ah ne, warte schweiß Warte mal so Games? Lol Also scheinbar ist das schon gemacht Okay, dann gehen wir hier mal weiter Und gucken mal, wo uns dieser Weg hier hinführt Hab ich dann so einen Baum Vielleicht finden wir aber hier jetzt Einen Fluss Okay, der komische Geräusch fängt ja schon gut an Ähm Ja Dieser Baum Oh ne Wir sind jetzt auch noch ins Wasser Was magst du ne Du kannst nass noch kurz Okay Ähm Dann nehmen wir hier durch Ja Oh Gott, es ist freezing Ach so, es ist kalt Naja Ist nicht so schlimm Guck mal ein Bulli Komma, komm Jetzt finden wir kurz ein Fahnenkreuz Keine Ahnung Ähm, oder ehren Punkt Äh Hier, oder? Ich wäre irgendwie für hier Weil hier ist noch ein bisschen heller Können wir hier unten durch? Ja, können wir auch Ja Okay, nice, let's go Ich glaube, es wird beide sehen Nicht richtig sein Schon wieder Ja, das würde mich auch interessieren Ah, das kann ich ja gar nicht hoch Okay, dann gehen wir hier durch Gehen wir nochmal zum anderen Weg Gucken mal, was uns dort zu erwartet Hier, hier und hier Ich glaube, hier hinten wird Gar nicht Ähm Hier können wir schon mal nicht durch Okay, dann, äh, ja Sind wir halt hier durch Nee Ähm, wie soll ich dir das Zeichen da unten Oh, das? Okay Oh, okay Also Ich glaube, da wurde auch eine Frau Ist hier durchgelaufen Ähm, okay Was ist das, Bart? Was hast du gefunden? Okay, guter Mann, guter Mann Kann ich mich anziehen? Oh, sch, 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 sch Es ist okay, Mann Ich mag es auch nicht Ich mag dich dich Aber okay, sch, 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 sch Extra Wir waren nur hier, ich verstehe nicht, aber... Oh Gott! Leining... Oh Gott, du... Ich denke, du bist besser als das. Leining? Oh, keiner hat es mehr als er. Ich denke, du bist besser als er. Leine Wound, tief. Und seine Kopf ist... Oh Gott, er ist gar nicht aufzunehmen. Ich denke, du bist besser als er. Ich würde einen Körner überraschen. Es muss jemanden sein. Der Körner... Oh, der Körner hat seinen Gesicht. Körner Körner, wahrscheinlich post-mortem. Eine komplett andere M.O. als die Decapitation-Wand. Bullet! Bullet! Was ist das? Er sieht was? Ich weiß nicht, was es da vorne kommt. Komm, Ballett. Wir müssen das hier ein bisschen im Blick haben. Für Peter und für Lennig. Ah, okay. Okay, Ballett für mich. Sheriff Emmett Lennig. Der Mann, der sich weinigte. Über alles und jeder. Der Mann, der gewonnen hat. Selbst ich. Ich habe es nicht wirklich gesehen, aber ich habe es nie gegeben. Und nicht nachdem, nachdem ich ihn verletzen habe. Rest schnell, Emmett. Ich finde den Mann, der das gemacht hat. Ja. Vielleicht auch nicht. Oh Gott. Was ist das denn? Wieso liegt das so? Mann. Naja. Naja. Schon wieder? Gibt es irgendwas wieder? Okay. Das steck auch irgendwas. Ist glaub ich nicht so relevant. Ähm. Und? Was ist das denn für ein Baum? Warte. Was? Kannst du da bitte weggehen? Wenn es nicht eilt. Hä? Warte. 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 Kann ich vielleicht mal Bullet folgen. Ich weiß gerade nicht, wer der Role Hexen verfolgt. Hier geht doch, wirsigh... Ich weiss nicht wo Bullets hin ist, schweiß. Ja. Alter. Dein Bulletskripp ist nicht gut. Ich bin erschrocken, Alter. Bulletskripp. Bulletskripp? Ah ok. Ich weiss nicht, Alter. Ich weiss nicht, Alter. Oh Gott. Aber wie ein Raum Bulletskripp? Ich weiss nicht. Nein. Diese Dinge kreieren mich. Sie sind in irgendeinem Weise religiös. Ich weiss nicht, wie die Night Vision funktioniert. Toll. Soll ich auch noch irgendwas? Oh. Alter, ich seh nix. Was ist denn hin, ey? Ah ja. Warte mal, was? Ah ne, ich dachte, das schließt sich jetzt immerhin mal hinter mir. Nein. Ich glaube, oh Gott ist das neblich. Ähm. Ja. Und nun? Also, irgendwie ist die Sicht auch komplett komisch. Where are you, buddy? Ähm. Ich weiss nicht, Leute. Ist das denn? Hm. 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 Naja. Ich weiss nicht, Leute. Aber das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Äh. Das war's mit dieser Folge. Blair Witch. Bis demnächst mal, Leute. Tschau. Ich weiß nicht. Wir machen dich. Leute. Das war's mit derrogen. Ich fühle mich an. Ich bin ein. Wir machen dich. Dann werde ich dich. Warum? Untertitelung des ZDF, 2020